Der Krieg ist da. Du kannst den Krieg auch nicht mehr vermeiden. Also kämpfe den Kampf. Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute reden wir über Konflikt, über Kampf auf gut Deutsch, der Opposition von Pluto und dem Mars. Und schauen wir uns das einfach mal an. Der Pluto liegt jetzt in den letzten Zügen im Steinbock. Bis 20. November haben wir noch einmal diese Energie Pluto in Steinbock. Das bedeutet, du, deine Kinder und wahrscheinlich auch dein Enkel werden diese Energie nicht mehr erleben. Das heißt, das ist jetzt eine einzigartige, weichenstellende Zeit. Steinbock ist gleich die Bestimmung, wofür du bestimmt bist, wo du auch bestimmend wirst für andere. Also das ist so ein bisschen so diese Klarheit, diese Struktur, dieses Auftreten. Und das hat natürlich auch etwas mit einer positiven Beschränkung zu tun. Also das ist so Steinbock-Prinzip. Und da kommt eben Pluto, der Transformator, rein. Und Pluto ist derjenige, warum transformiert der? Das Stirb und Werde. Denn Pluto erhält eigentlich Ideen am Leben, die weitergegeben werden wollen. Also auch so das Erbe, das Sippe quasi. Was gehört erhalten, was kann wegfallen? Und das ist so dieser Pluto, dieses Pluto-Prinzip. Auf der anderen Seite verwandelt er eben auch durch sein Stirb und Werde die Zeichen, wo er drinnen ist. Und den Steinbock eben dieses Bestimmung, wofür bist du bestimmt, wird gerade gewandelt. Schauen wir uns das nochmal an. Was bedeutet denn das? Welche Bestimmungen hast du denn in dir gespeichert? Welche Werte von deinem Familiensystem hast du vielleicht auch übernommen? Wo bist du denn da geprägt worden? Wofür glaubst du, dass du bestimmt bist? Wofür verwendest du denn deine Energien? Wie glaubst du denn, bestimmst du über andere? Na ja, übst du Macht aus über andere? Oder üben andere Macht über dich aus? Hast du Probleme mit Regeln mit oder gehst du da in Konflikten mit Gesetzen, mit Regeln oft einmal? Dann ist das auch so eine Zeit, die jetzt noch einmal aufgerüttelt gehört. Mondan ist das natürlich, wir haben es erlebt mit der Pandemie, wir haben es erlebt mit verschiedenen Kriegsschauplätzen, immer wieder die da aufpoppen, ist das natürlich eine sehr geladene und auch eine sehr angespannte Zeit. Das ist oft so ein absoluter Stillstand, der da erlebt wird. Wenn man jetzt Steinbock-Pluto hernimmt, wie Pluto-Saturn, das ist also quasi dieses absolute Stillstehen. Döbereiner hat dazu gesagt, die ägyptische Gefangenschaft, das heißt, Energie steht still. Aber jetzt ist es eben so, dass dieses Feststecken in alten Bestimmungen, was über dich bestimmt hat, gelöst werden soll. Und das macht eben so diese Opposition zu Mars dazu. Und der Mars ist im Zeichen Krebs. Und das Zeichen Krebs steht ja auch ein bisschen so für dieses Familiäre, für die Wurzeln, wo wir auch herkommen. Und da kommt jetzt Mars rein. Und Mars ist der, der einen neuen Impuls setzt. Also Mars ist auf der einen Seite der Kämpfer. Neue Energie ist etwas Dynamisches, das jetzt auf diese Starrheit tritt. Das Dynamische trifft auf das Starre, so kann man sich das vorstellen. Und zusätzlich ist Mars natürlich auch der, der sich für eine neue, das ist die Pionierarbeit, neue Wege zu beschreiten. Und das will der Mars. Der Mars möchte in dem Fall Wege raus aus dem Familiensystem streiten, Wege raus in deine neue Bestimmung. Und dafür gehören aber zuerst die alten Normen, die alten Ideen, Bilder, Werte deiner Ahnen, das alte Erbe transformiert, dass es dir jetzt in der neuen Zeit dienlich ist und nicht mehr zu einer Blockade wird. Und das ist eben so genau diese Dynamik, die wir jetzt gerade haben. Und gerade jetzt am 31. Oktober, an Halloween, also da, wo jetzt quasi Halloween gefeiert wird oder bei uns dann alle Heiligen, aller Seelen, gerade an diesem Feiertag, wo dann ja auch nach der Mythologie die Wand zwischen den Lebenden und den Toten eine ganz dünne ist, wo man so quasi ins Jenseits blicken kann und das Jenseits wieder auf die Erde blicken kann, und gerade da ist es eine gute, gute Zeit für dich zu nutzen. Nämlich zu schauen, was habe ich denn ererbt, was lebe ich denn noch weiter und was kann ich jetzt abgeben. Und da gibt es so ganz einfache Übungen, die du machen kannst. Ich mache das sehr gerne mit Klientinnen und Klienten. Wenn du jetzt zum Beispiel mal deinen Namen ganz normal laut sagst, also einfach mal so dreimal laut deinen Namen sagst, dann wirst du merken, du verausgabst dich dabei. Wenn du aber deinen Namen noch einmal laut sagst, und jetzt gehst du kurz, atmest mal kurz ein und wieder aus, und dann sag deinen Namen mal so, wie wenn du eine liebe Freundin, einen lieben Freund begrüßen würdest. Wenn du deinen Namen da jetzt noch einmal laut sagst, wirst du merken, das berührt dich anders, die Energie fließt zu dir zurück. Und genau in dieser Energie kannst du jetzt mal prüfen, Hey, was ist dir denn eigentlich wichtig? Quasi einen Big Talk mit dir selber machen. Also du kannst wirklich mit dir sprechen. Hey Oliver, was ist dir denn gerade wichtig? Und dann erhältst du deine Antwort. Wofür verausgabst du dich denn? Was glaubst du denn, was wesentlich ist? Glaubst du, das, was du jetzt tust, ist wirklich ein Erfüllen für dich? Oder tust du das nur, weil du es immer gemacht hast, oder weil du es mal gelernt hast in einem Familiensystem? Und so kannst du dir einmal auf die Spur gehen, wo du dich vielleicht verausgabst, wo da Energien stecken. Das heißt, wir haben eine Kriegsenergie, wir haben eine Konfliktenergie, wir sehen es im Außen, Konflikte kochen hoch, und es kann natürlich auch sein, dass gerade in dieser Oppositionsenergie dann noch einmal auch Bewusstsein reinkommt und man sagt, okay, vielleicht lassen wir den ganzen Scheiß mal, dass wir uns permanent auf die Schädel hauen oder stell dir vor, jemand macht Krieg und keiner geht hin. Wäre ja auch so ein klassisches, geflügeltes Wort. Wäre doch auch mal eine Idee. Okay, so, aber jetzt noch einmal zu deinem Konflikt in deinem System zurückzukommen. Schau dir an, wie gesagt, was hast du denn für Werte, wofür glaubst du denn, dass du bestimmt bist? Denn Steinbock, die Bestimmung, hat jetzt auch noch einmal den Transformator Pluto drinnen. Das heißt, deine Bestimmung soll sich jetzt wandeln oder ändern beziehungsweise auch nuansierter werden. Das kann ja sein, dass du viele Dinge schon lebst, viele Dinge schon da hast, aber manches vielleicht noch nicht so ausgearbeitet ist. Also, das heißt nicht, völlige Kehrtwende kann es natürlich heißen, dass ich sage, okay, ich mache wirklich eine Veränderung. Auf welche Art und Weise möchte ich ab sofort bestimmend sein? Möchte ich für meine Familie bestimmend sein? Möchte ich einen Beruf ausüben, wo ich bestimmend bin für andere? Was ist denn da so mein Thema? Und wenn du da jetzt so Familienwerte noch einmal gespeichert hast, nämlich so Anschauungen, was über dich bestimmt aus deinem Familiensystem, dann achte da mal drauf. Und wenn du das noch nicht so ganz genau weißt, dann habe ich eine einfache Idee oder eine einfache Übung für dich, dass du dir einfach mal vorstellst, du nimmst wie eine Kiste, wie eine Schachtel, das stellst du dir vor und am besten kannst du dir Dinge vorstellen, indem du sie auch wirklich mitgestikulierst. Das heißt, du hast sie dann in Händen. Das heißt, wenn ich eine Schachtel nehme oder eine Kiste, stelle ich mir das wirklich so vor. Bierkiste, Schachtel. Und ja, also Spaß beiseite. Also du stellst dir wirklich so eine Schachtel vor und du hilfst deinem Verstand, wenn du da mitmachst, wenn du das ausgestikulierst, dass du es dir besser visualisieren kannst. Stell dir eine Schachtel vor und in diese Kiste gibst du jetzt das Schicksal, das, was von deinen Ahnen bestimmend ist, einfach mal rein. Und du kannst dir das mal vorstellen, wenn du es ein bisschen differenzieren willst, machst du eine Kiste weibliche Seite, eine Kiste männliche Seite, wie du möchtest. Und du kannst dann sagen, alles, was jetzt bestimmend ist, von deinen Ahnen, was du jetzt aber nicht mehr benötigst, soll da reinfließen. Und dann stellst du dir vor, dass in diese Kiste Zeugs reingelegt wird. Das kannst du wirklich dir vorstellen. Du legst da was, was ich, ein altes Bild rein, alte Bücher rein, was auch immer dir einfällt. Ja, eine Vase, egal was. Symbolisch für so quasi Krempel, das du nicht mehr brauchst, das du zum Altstoffsammelzentrum bringst oder auf den Flohmarkt, whatever. Und dann, wenn die Kiste voll ist, das ist jetzt, da hast du das mal vor dir, dann stellst du dir bitte vor, entweder einen Engel oder geistigen Helfer, Führer. Wie geht das am besten? Stell dir einfach eine Lichtgestalt vor, wo du dann sagst, okay, ich gebe diese Kiste da jetzt ab und nimm wirklich die Kiste und gib sie quasi deinem Helfer, deinem Führer. Und der soll sie nehmen. Und was macht er damit? Der soll das dort aufteilen, wo es hingehört. Und der dreht sich um mit der Kiste. Das ist jetzt wichtig, dass du das vorstellst. Wie wenn du das in einem Postboten gibst, der dreht sich um mit der Kiste, verschwindet durch die Tür. Und geht weg. Und dann atmest du mal tief ein und wieder aus. Und dann spür mal rein, was sich da tut. Also so bekommst du so Familienthemen einfach in den Griff und kannst du mal einfach mit deinem System arbeiten. und warum sage ich das nochmal? Das ist jetzt die Zeit dafür. Also jetzt an Halloween, die Zeit zwischen den Verstorbenen und den Lebenden ist sehr dünn. Allerheiligen, aller Seelen, wenn du ein Halloween-Muffel bist. Und nutze jetzt diese Energie für dich und für deine energetische Arbeit und auch für deine Ahnenarbeit. Das haben wir jetzt mit der Opposition Pluto und Mars. Ganz stark da, ganz massiv da. sehr geladene Zeit im Außen und im Inneren kannst du es für eine wundervolle Transformation nutzen, diesen Leidensdruck. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Und wenn dich das interessiert, weiter mit deinen geistigen Helfern, Führern zu arbeiten, dann habe ich im November einen Workshop für dich. Blende ich jetzt gerade mal ein. und falls dich deine astrologischen Themen und auch aktuelle Themen interessieren, bestell doch einfach eine schriftliche astrologische Analyse bei mir auf der Homepage. Und da kannst du ja dann mal reinlesen, wie sich da was gestaltet. Und natürlich wünsche ich dir jetzt alles Gute, ein Happy Halloween, wenn du es feierst, wenn du es nicht feierst und Halloween-Muffel, bis zu einem schönen Feiertag. Und alles, alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ehring. Tschüss.